Ich kann Alex nicht vergessen. Er hat mich aber noch nicht angerufen. Aber was mache ich eigentlich, wenn er anruft? Soll ich ihn dann wirklich treffen? Ich bin doch mit Paul verheiratet. Auch wenn ich nicht mehr so glücklich bin. Ich bin so verwirrt. Naja, vielleicht ruft Alex auch gar nicht an. Ich fahre jetzt zur Arbeit, Schatz. Äh, okay, Paul. Du sahst gerade so traurig aus, Pia. Ist alles in Ordnung? Ja, ich habe nur an Mias Noten gedacht. Keine Sorge, Schatz. Ich bin mir sicher, dass Mia sich noch verbessert. Sie wird in die 9. Klasse kommen. Das hoffe ich. Wer ist das? Oh nein, das ist bestimmt Alex. Wer ist das, Pia? Äh, das ist eine Freundin. Wir wollen uns heute vielleicht treffen. Dann geh doch ran. Egal. Ich rede doch gerade mit dir, Schatz. Leg doch auf Alex. Ich fahre dann mal zur Arbeit, Schatz. Viel Spaß mit Max heute. Danke. Dir auch viel Spaß auf der Arbeit. Gut. Alex hat aufgelegt. Ich liebe dich. Bis dann, Pia. Äh, ich dich auch. Bis dann. Puh, das war knapp. Ich glaube, Paul hat nichts gemerkt. Pia hat sich irgendwie merkwürdig verhalten. Naja, egal. Ich muss jetzt fahren, sonst komme ich zu spät. Hm, ich kann jetzt die Nummer sehen. Ich frage mich, ob das wirklich Alex war. Soll ich mal anrufen? Endlich fahren wir mal wieder zusammen zur Schule. Ja, ich habe jetzt einen Wecker. Cool. Dann kommst du nicht mehr zu spät. Maria, ich habe eine Frage. Was ist denn Mia? Ich liebe Pia so sehr. Ich werde ihr einen großen Blumenstrauß nach der Arbeit holen. Sie wird sich bestimmt freuen. Ich habe eine Idee. Ich werde nicht anrufen, aber wenn Alex nochmal anruft, gehe ich ran. Ja, das ist eine gute Idee. Was hast du für eine Frage, Mia? Sind deine Eltern glücklich in ihrer Ehe? Ja, ich denke schon. Warum fragst du? Ich glaube, meine Mutter ist unglücklich. Warum das denn? Mama kann Papa nicht verzeihen, dass er sie mit Julia betrogen hat. Hm, glaubst du, dass sie sich scheiden lassen? Keine Ahnung, aber ich hoffe nicht. Ich weiß, was deine Eltern machen könnten. Was denn? Guten Morgen, Max. Sollen wir frühstücken? Mein Handy nehme ich auf jeden Fall mit. Alex könnte wieder anrufen. Ich werde Pia auch einen neuen Ring kaufen. Vielleicht will sie auch eine neue Halskette. Ja, sie wird sich bestimmt sehr freuen. Was könnten meine Eltern tun? Deine Eltern sollten zur Paartherapie gehen. Glaubst du, das hilft? Ja, das könnte ihre Ehe retten. Ich mache uns jetzt Frühstück, Schatz. Das werden leckere Waffeln. Hm, Alex hat nicht nochmal angerufen. Dann hat sich das wohl erledigt. Vielleicht ist es besser so. Du hast Hunger, oder Max? Ich beeile mich, Schatz. Mein Handy klingelt. Ist das Alex? Das ist tatsächlich Alex. Soll ich wirklich rangehen? Ich denke, ich werde Herr Weber gleich nach mehr Geld fragen. Dann kann ich meiner Familie mehr Dinge kaufen. So, ich bin jetzt da. Ich denke, ich gehe jetzt ran. Ja, hallo? Hallo, Frau Müller. Ich habe gehört, dass Sie einen neuen Kredit wollen. Ah, das ist meine Bank. Ja, bekomme ich einen Termin? Kommen Sie gerne morgen um 13 Uhr. Alles klar. Danke, bis dann. Hm, das war nur die Bank und nicht Alex. Naja, egal. Dann ruft er wohl nicht mehr an. Es klingelt. Es klingelt schon wieder. Das ist bestimmt wieder die Bank. Ja, hallo? Hallo, hier ist Alex. Oh, hallo Alex. Erinnerst du dich an mich? Haha, ja. Du hast mich im Supermarkt angesprochen. Genau. Genau, du sahst echt hübsch aus. Danke. Was willst du, Alex? Ich will dich etwas fragen. Was denn? Er will mich bestimmt fragen, ob ich mich mit ihm treffe. Willst du dich mit mir treffen? Ich wusste es. Hallo, bist du noch da? Äh, ja. Was sagst du? Sollen wir uns mal treffen? Aber ich bin doch verheiratet, Alex. Wir können uns trotzdem mal treffen. Ich finde dich sehr interessant. Hm, was willst du denn machen? Das siehst du dann. Ich habe schon etwas geplant. Okay, lass uns treffen. Super, um wie viel Uhr hast du Zeit? Ist 17 Uhr okay? Ja, soll ich dich abholen? Nein, lass uns in der Stadt treffen. Alles klar. Ich rufe dich dann nochmal an. Okay, bis dann. Ich freue mich. Bis dann. Ich habe es wirklich getan. Ich werde mich mit Alex treffen. Was hast du, Balou? Soll ich mich nicht mit Alex treffen? Hm, aber es ist doch nur ein Treffen. Was soll schon passieren? Geh bitte, Balou. Ich weiß, was ich tue. Hat Balou etwas gespürt? Naja, egal. Ich mache erstmal das Frühstück fertig. Dann treffe ich später Alex. Herr Weber, haben Sie kurz Zeit? Ja, kommen Sie rein. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Müller? Sie wissen, dass ich gute Arbeit leiste, oder? Ja, das weiß ich. Sie kommen auch nicht mehr so oft zu spät. Danke. Meine Tochter hat jetzt einen Wecker und ich muss sie nicht mehr zur Schule fahren. Was wollen Sie jetzt, Herr Müller? Ich wollte fragen, ob ich mehr Geld bekommen kann. Hm, ich bin mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden. Ich werde Ihnen eine Gehaltserhöhung geben. Danke, Herr Weber. Wie viel mehr Geld bekomme ich denn? 80 Euro mehr im Monat. Können wir 100 Euro machen? Okay, ich bin einverstanden. Sie haben es verdient, Herr Müller. Danke, Herr Weber. Jetzt habe ich mehr Geld für meine Familie. Gerne, Herr Müller. Guten Appetit, mein Schatz. Willst du auch Waffeln essen oder nur Brokkoli? Dann nur Brokkoli. Ich esse die Waffeln. Danach muss ich mir überlegen, was ich anziehen werde. Ich bin echt gespannt auf das Treffen mit Alex. Was ist 23 plus 17? Ich weiß es. Ja, Mia. Das Ergebnis ist 40. Das ist richtig. Das war doch voll einfach. Was ist hier los? Ich habe für Mathe gelernt. Ich bin stolz auf dich, Mia. Bekomme ich jetzt eine 1? Mach so weiter. Dann bekommst du bald eine bessere Note. Hm, okay. Ich liebe dich und Mia über alles auf der Welt. Papa liebe ich auch, aber es läuft nicht mehr so gut zwischen uns. Ich werde immer für euch da sein, egal, was passiert. Wir haben jetzt 12 Uhr. Sollen wir mal gucken, was ich anziehen könnte für das Treffen? Gut, du kannst mir dabei helfen. Ich habe so viel geschafft heute. Ich bin so ein guter Mitarbeiter. Das mache ich alles für euch, Pia, Mia und Max. Und, was sagst du, Schatz? Mir gefällt es auch. Mia sollte jetzt von der Schule kommen. Oh, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ist das Mia? Mal sehen, wie sie mein Outfit findet. Wow, was hast du gemacht, Mama? Ich habe mich schön gemacht. Wie findest du es? Du siehst so hübsch aus. Gehst du irgendwo hin? Ähm, ja. Ich gehe gleich raus. Okay, viel Spaß, Mama. Mit wem geht Mama denn raus? Komm, Schatz. Ich mache dir Essen. Okay, danke. Drei Stunden später. Endlich Feierabend. Du siehst ja toll aus, Pia. Danke, Paul. Gehst du wohin? Ja, ich möchte in die Stadt. Hm, okay. Viel Spaß, Schatz. Pass bitte auf Max auf. Okay, Schatz. Bis später. Hm, geht Pia alleine in die Stadt? Ich bin echt gespannt auf das Treffen mit Alex. Mal sehen, wo wir hingehen werden. Ich bin jetzt in der Stadt. Mia, kommst du mal bitte? Was ist denn? Komm bitte runter. Ich möchte dich etwas fragen. Ich komme. Ja, Papa? Weißt du, mit wem sich Mama trifft? Hm, ich weiß nicht. Findest du das nicht seltsam? Ich muss dir etwas sagen, Papa. Was denn, Mia? Mama hat gesagt, dass sie nicht mehr so glücklich ist. Mit mir, oder was? Mit eurer Ehe hat sie gesagt. Echt? Ja, Papa. Ich will nicht, dass ihr euch scheiden lasst. Ich kann es nicht fassen. Ich habe einen Blumenstrauß für Mama gekauft. Könnte das helfen? Ist der Blumenstrauß im Auto? Ja, ich wollte ihn heute Abend Mama geben. Kann es sein, dass Mama gerade einen Mann trifft? Das kann sein. Papa, du musst für Mama kämpfen. Du hast recht. Ich werde um meine Frau kämpfen. Ich komme, Pia. Du schaffst das, Papa. Ja, Schatz. Pass auf Max auf. Hallo, Alex. Ich bin jetzt in der Stadt. Hallo, Pia. Wo bist du genau? Beim Eingang zum Stadtpark. Okay, ich bin gleich da. Das wird so gut werden. Ich kann ohne Pia nicht leben. Ich werde sie zurückgewinnen. Oh, da kommt Alex. Hey, Pia. Du siehst toll aus. Danke. Du siehst auch gut aus, Alex. Lass uns ins Café gehen. Ja, gerne. Wir können durch den Park gehen. Pia hat gesagt, dass sie in die Stadt geht. Ich muss sie finden. Wie alt bist du eigentlich, Pia? Ich bin 37. Und du? Wow, du siehst aus wie 21. Danke. Ich bin 42. Warst du mal verheiratet? Ja, ich habe eine Ex-Frau. Und hast du Kinder? Ja, ich habe einen Sohn. Er ist 16. Ah, Mia wird auch bald 16. Ich liebe deine Augen. Die sind so schön. Oh, danke, Alex. Wir sind gleich da. Das ist doch Pias Auto. Sie muss in der Nähe sein. Wie lange bist du schon verheiratet? Seit 15 Jahren. Bist du glücklich mit ihm? Es geht so. Er hat mich leider vor zwei Jahren betrogen. Das ist meine Chance. Wie kann man so eine schöne Frau betrügen? Danke, Alex. Da hinten ist der Ausgang. Pia, wo bist du? Ich muss sie finden. Vielleicht ist sie in diesen Park gegangen. Hier ist das Café. Es sieht schön aus. Lass uns reingehen. Du bist eine wahnsinnig tolle Frau, Pia. Danke, und du bist ein toller Mann. Was sind deine Hobbys? Ich koche gerne und schaue Netflix. Ich schaue auch gerne Filme. Kennst du Harry der Zauberer? Ja, das ist mein Lieblingsfilm. Wow, das ist auch mein Lieblingsfilm. Sollen wir den mal zusammen gucken? Ja, mal sehen. Eine Stunde später. Ich finde Pia nicht. Ich habe überall gesucht. Wo bist du, Pia? Ich würde dich gerne nochmal sehen, Pia. Hm, ich weiß nicht. Ich sage dir Bescheid. Hat es dir nicht gefallen? Doch, aber ich bin verheiratet, Alex. Okay, ich hoffe, du entscheidest dich für mich. Sollen wir aufstehen? Ja, gerne. Ich würde gerne bezahlen. Danke, dass du bezahlst. Natürlich, ich bin ein Mann. Er ist sehr attraktiv. Vielleicht ist Pia in diesem kleinen Laden. Ich sehe mal nach. Komm, wir gehen raus. Okay. Ich hatte einen wundervollen Abend, Pia. Ich fand es auch schön, Alex. Bevor du gehst, will ich. Hier ist Pia auch nicht. Ich fahre wieder nach Hause. Pia? Oh nein, Paul. Gebt einen Daumen hoch für Part 3 und klickt auf diese Folge. Gebt einen Daumen hoch für den 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 Daumen hoch